Wir machen einen Song. Wir machen ein Lied. Wir machen das Einhorn-Lied. Wir machen eine Hymne. Die Idee mit dem Song finde ich richtig Hammer. Ich finde allerdings, dass wir es ein bisschen strategischer angehen sollen. Fühlst du das gerade so richtig? Ich kenne ein paar Leute, die aus der Musikrichtung kommen. Ich bin immer für Profis. Benjamin kommt. In 20 Minuten ist er hier. Song geht's klar. Einhorn. 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 Konzentrier dich doch einfach mal und lass mich von jedem Kinkerlitzchen aufbringen. Und bitte. Also, Bewerbungsgespräch jetzt mit Shai Hoffmann. Finde ich sehr, sehr cool. Der ist ein richtiger Experte, was Nachhaltigkeit angeht. Und ich bin gespannt, wie er irgendwie sich für die Stelle, wie er da qualifiziert ist. Wir werden mehrere sehr erfolgreiche Crowdfunding-Kampagnen auch gemacht und kommt daher aus dem Netzwerk. Ist cool. Voll gut. Ich freue mich mega. Philipp. Hallo. Waldemar. Hi. Hi. Ich bin ein bisschen aufgeregt, ne? Oh, Shai Hoffmann. Die zwei. Ja. Für mich ist ganz, ganz klar das Produkt im Vordergrund. Es muss ein CEO geben, der dieses Kondom nimmt und es als Erlebnis, als Sexerlebnis repräsentiert. Aber ich habe vor allen Dingen auch mal selbst getestet, wie das ist, wenn man eine Banane in den Mund nimmt. Und das ist vom Geschmackserlebnis, ja? Wenn ich das mal machen darf. Ist das okay beim Bewerbungsgespräch? Ja, mach, 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 mach. Knock yourself out. Ja, ja. Es geht ja um CEO und nicht um, also, sollst ja, darfst ja alles machen. Ich muss das ja auch repräsentieren nach außen, ne? Du bist ja entweder das Eifertier oder bist du das Eifertier. Genau. Und wenn man, wenn man, wenn man das so leckt, ne, dann schmeckt das schon ganz schön nach naturbelassenem Kautschuk. Und ich finde, das ist, das ist, das ist das, was wir brauchen hier. Das muss nach außen. Du bist Gefühl für uns. Shai ist Gefühl. Das ist eine wichtige Komponente. Nicht nur für dich. Wenn du jetzt abrollst, welcher Song fällt dir ein? Wenn du den auch noch singen könntest, werden wir beide die Augen schließen. Das werden wir machen. Ganz sinnlich, ganz zart, während sie einen küsst und die Unterlippe leckt und lutscht und ihre Zunge ganz sinnlich in deinem Nasenloch vergräbt. Und dann ist man eigentlich auch schon gekommen. Ich wollte gerade sagen, ich bin fertig. Ja. Deswegen will ich da vielleicht noch nicht singen. Ich glaube, dass ich als High Potential CEO die Skills erlernen kann, indem ich Liebe anwende. Ich glaube, dass Liebe der Schlüssel ist. Crowdlove. Make magic happen. Ich glaube, dass ich für geile Schuhe habe. Also Shai hat uns, glaube ich, gedreht gar nicht, oder was? Könnt ihr mal ruhig sein, ich mache ein Interview. Also ich war sehr... Ist okay, du kannst, wenn du willst, noch ein bisschen. Ich dachte, wir machen das zusammen. Ich glaube, wir haben bei der ganzen Bewerbersache vergessen, wo unsere Wurzeln sind. Ich glaube, das hat Shai heute ganz gut rausgeholt, dass er uns wirklich gezeigt hat, dass wir deswegen ein Gefühl gestartet haben. Und das ist wichtig, weil echte Freunde halten dir auch mal einen Spiegel vor in Situationen, wo du dir vielleicht nicht alles sagen lässt. Und das war für mich auf jeden Fall aus den Nachhererlebnis, da bin ich mega dankbar am Shai. Ja. Kümmer auf, ob wir jetzt cutten, das reicht soweit. So, ich bin der Musikproducer, mein Name ist Benjamin. Ich kenne Philip für lange Zeit. Er hat mich auf die Einhorn-Condom gemacht gemacht. So, ich bin sicher, wir werden das überhaupt machen. Ja. Big. Wir werden die Bedeutung aufbauen. Wir kommen mit einigen Lyrics, ich bin sicher. Wir sind über die Unicorn und die Kondoms. Let's try. Let's get started. Das war ich jetzt. Hast du das vorher gemacht? Das? Also, die Jungs wissen nicht wirklich, was sie machen. Ich glaube, dass sie ein Masterplan für einige Tracks hatten. Also, momentan kam noch nichts rüber, aber man kann auch in den ersten 15 Minuten jetzt auch nicht urteilen. Also, ich bin mal gespannt, aber da muss noch was kommen, ja. Ja. Well, basically, we started with an analysis. Figured that like the typical hit is like a length of 3 Minuten 30. We have like a vocal chorus and bridge. V, C, B, V, V, C, V, V maybe. And like a bit like techno style, but smoother. So, it has to be like kind of a sex music. We thought of something like Helena Fischer, Crow, Bohlen, Rihanna, Michael Jackson, Mariah Carey. Something like if you could all mix it up in a hit. Perfect. Sex. Fuck it now. Fuck this. I gotta get out of there now. Faster? What are you thinking? Maybe a little slower? Slower? Yeah. Now we're right. Okay. Einhorn. Fuck. Orgasm. Make magic happen. Sex. Fuck, fuck, fuck. Can we get this in? Einhorn. Orgasm. B. T. V, V. Let's give it a follow. V. V0 . CV. 있었 a C. They're kind. Ein. Einhorn. 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 Ich kann nicht sagen, dass ich so etwas gemacht habe. Ich meine, die Leute haben heute die Unicorn-Energie gehandelt. Magie. Das ist echt krass. Sogar die Sachen, die Waldemar angesprochen hat, die totaler Bullshit sind, hören sich plötzlich gut an. Ich glaube, wie immer, wenn wir beide zusammenkommen, einen Pro dazu holen, ihn total ignorieren, wieder unsere Sachen machen, geil. Es wird groß sein. Ich habe jede Hoffnung. Und man merkt, welches Niveau wir inzwischen bei der Personalsuche erreicht haben. Wir spielen schon lange nicht mehr Bundesliga. Das ist Champions League. Wir können wild sein, wir können ausgeglichen sein. Wichtig ist nur, dass wir die Balance dabei halten. Jungs, was habt ihr heute schon gemacht? Habt ihr schon gefickt? Einhorn 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 Vielen Dank.